Hey, I can't see, us running in the meadow, just you and me, it's already passed on, this I can't see, the perfect picture. Hello everyone, this is TonyTV and another episode of Ace Combat 7 Multiplayer. We're going to try to get everything out of here, but why do I have two planes? I don't get out of here. Maybe the guy has this set up, I don't know, but we're going to try the best with this plane. So, I wish you very much fun, let's go! But a lot of people can probably kill me with this bad chance. I don't know what that is. But we're going to try it, right? But we're going to try it, right? Well, that's right. So, I'm going to try it again. And I'm going to try it again. So, we're going to try it again. Einfach irgendjemand. So, jetzt gehe ich schnell hier kehren. Wo sind die? Ich sehe keinen. Hier unten. Oh, oh, oh. Oh. Oh, 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 oh. Ich habe hier auf dem Boden geflogen. Ich glaube, ich lenke die Gegner ab. So, komm jetzt. Oh, sieh. Ich hole den. Lied mir zu blöd. Das war, glaube ich, ein Treffer-Orner. Und es kommen dann noch, äh, Free-Flight, wenn ich einfach ein bisschen die Länder gehe, gehe, anschaue und so. Und, ja, ich hoffe, euch gefällt, wenn sie bauen oder könnt ihr ein paar Videos schauen. Wenn ich dann einfach so tief Flüge mache, und so. Uh, hat's nicht gelangt. Egal, da nehmen wir. Nehmen wir sie so, äh. Aber ich möchte schon noch irgendeinen in Kiel machen, zwei. Ein Treffer. Das war schon mal ein Treffer. Das ist ein Bonus, wenn ich bloß auch noch bekomme. Treffer-Bonus. Uuuuh, shit. Ich gehe jetzt zu sieben, und jagdate Luft, wenn ich es schaffe. Oi, oi, oi. Aaaaaaahhhhhh. Richtig scheisse. Die Hände, ich weiss eben nicht, wie man so Dinge reinmacht, dass man das kann, hinten sich hinschissen, wenn dort eine Rakete kommt. Ich finde das nie. Ich finde die Bomben nie. Ich kaufe alle Bomben vom Düsseldjet, aber ich finde es, ich finde es nicht. Verbleiben der Zeit, Cesar. Ich finde es einfach schade, dass da immer so schnell vorbei ist. Das finde ich richtig schade. Ich meine, da kannst du ja gar nicht machen in dieser Zeit. Aber jetzt schauen wir doch gerade mal, wie viele Treffer und wie viele Kills ich gemacht habe. Wenn ich überhaupt Kills gemacht habe. Ja, 14 Treffer. Äh, ja, aber ich würde sagen, das ist trotzdem noch gut. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schau. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020